Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Latein Online. Und ja, heute soll es mal ums Latein Gerundium gehen. Ich dachte mir einfach mal, da viele Leute das mal in die Kommentare geschrieben haben, dass ich einfach mal ein paar Fakten dazu aufschreibe und dann versuche, euch so bestmöglich zu erklären, wie es nun geht. Und genau deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach direkt mal an. So, die erste Frage ist natürlich, was ist das ein Gerundium überhaupt? Und ein deutsches Beispiel für ein Gerundium ist zum Beispiel, das Lernen ist ein Teil des Lebens. Und hier seht ihr auch schon, das Lernen ist halt fett markiert sozusagen. Und da kann man eigentlich schon ein bisschen drauf schließen, was ein Gerundium überhaupt ist. Wir nehmen es jetzt einfach mal auseinander und gucken uns mal die einzelnen Bausteine an. Also das ist ein ganz einfacher Artikel. Und Lernen ist halt ein Verb, aber in dem Fall, weil ein Artikel davor steht, ist es halt ein nominalisiertes Verb. Das heißt, es ist zwar schon ein Verb, aber das halt nominalisiert wurde sozusagen. Und ja, das erkennt man vor allen Dingen, dass es mit dem Artikel steht. Das ist eigentlich so einer der größten Vorteile im Deutschen, dass es immer Artikel gibt und meist dann halt auch die Wörter dann halt groß geschrieben werden. Daran erkennt man vor allem ein Gerundium. Und ja, das gleiche gilt im Prinzip auch in Latein, nur halt, dass es mit den Artikeln jetzt nicht so wirklich vorhanden ist, sondern man halt eher auf die Endung gucken muss und die Endung einem im Prinzip verrät, was es für ein Wort ist. So ein Gerundium gibt es in Latein in drei verschiedenen Kasussen. Genitiv, Akkusativ und Applativ. Also Nominativ und Dativ sind nicht vorhanden. Deshalb kann man auch schon, wenn die Endung im Applativ steht, also kann man im Prinzip auch schon direkt darauf schließen, dass der Applativ ist und nicht der Dativ, da halt die Endung vom Dativ und Applativ gleich sind. So und genau deswegen kommen wir jetzt mal zu den Endungen und Formen. Und ND wird immer zur Bildung benutzt. Das heißt, jedes Gerundium wird mit ND gebildet. Also und dahinter kommt halt die Endung. Aber wenn man das ND sieht, dann weiß man eigentlich auch schon, dass es ein Gerundium ist. Und die Endungen, die nach dem ND kommen, werden halt nach der O dekliniert. Das heißt, die ganz normale O-Maskulinum-Deklination. Relativ einfach. Ja, ist jetzt hier die O-Maskulinum oder O-Neutrum. In dem Fall macht es einfach gar keinen Unterschied, weil man hat eben nicht ein Nominativ. Von daher ist es immer gleich. Also macht es keinen Unterschied. So ganz wichtig ist auch noch, dass der Präsensstamm benutzt wird. Also erst der Präsensstamm, dann ND und dann halt die Endung von der O-Deklination. Falls ihr die O-Deklination nicht mehr so ganz auf dem Kasten habt, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Und jetzt machen wir einfach mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel ein Genitiv würde Amare Amandi heißen. Im Akkusativ Ad Amandum und im Applativ In Amando. Die Präpositionen müsst ihr eigentlich lernen, aber die helfen einem vor allem nachher noch besser zu übersetzen und besser Sachen zu erkennen. Also die helfen dir im Nachhinein eher mehr, aber man kann im Prinzip auch die Präpositionen wegstreichen und dann sich einfach nur auf die Endung konzentrieren und schon weiß man, welcher Kasus es ist. Und hier wie gesagt auch nochmal ganz wichtig zu merken, kein Dativ oder Nominativ. So kommen wir jetzt zur Übersetzung. Hier ist ein Beispiel mal Aas Amandi. Ist ein sehr verbreitetes Beispiel. Und hier sehen wir auch schon Amandi steht im Genitiv. Und dann wisst ihr auch Amare heißt Lieben. Und Aas ist die Kunst. Und dann müsst ihr im Prinzip des Liebens, heißt Amandi am Prinzip des Liebens. Und Aas ist die Kunst, also die Kunst des Lieben. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie man es übersetzt. Das ist dann mit einem Infinitiv. Also man kann es entweder mit dem Gerunium, also mit dem nominalisierten Verb versuchen, oder halt mit einem Infinitiv, das heißt immer zu lieben. In dem Fall dann halt die Kunst zu lieben. Das ist auch eine Möglichkeit, es zu übersetzen. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen besser an in der heutigen deutschen Sprache, die Kunst zu lieben. Jedoch ist es eigentlich völlig egal, was ihr nachher hinschreibt. Macht es am besten immer so, wie es am einfachsten für euch ist und wie ihr den Satz am besten bilden könnt. So, jetzt machen wir nochmal zwei weitere Beispiele. Ad amandum. Um zu lieben. Könnt ihr euch immer merken, wenn da ein Ad steht und es im Akkusativ steht, dann kommt ganz, ganz oft um zu. Also um zu ist sozusagen immer eine Form des Akkusatives. So könnt ihr dann auch einfach die Übersetzung für euch einfacher gestalten. Also das um zu müsst ihr halt mitlernen und dann habt ihr auch den Akkusativ im Gerunium schon relativ gut drin. Amandi Causa, wegen des Liebens. Ist jetzt hier auch Genitiv. Des Liebens wieder. Und Causa müsst ihr halt als Vokabel lernen. Ist halt wegen. Also das gehört jetzt eigentlich nicht zum Gerunium, auch wenn solche Präpositionen oftmals abgewechselt sind. Aber Causa müsst ihr eigentlich so als Vokabel kennen. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und natürlich auch über ein Abo von euch. Bei Fragen, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem neuen Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel seht, geht es heute mal um das Gerundivum. Das bedeutet, wir beschäftigen uns heute mit dem Fach Latein. Falls euch für das Video heute interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einfach bis zum Ende dranbleiben würdet. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Kommen wir jetzt erst mal zu der Frage, was ist denn überhaupt so ein Gerundivum? Und zwar ist ein Gerundivum nichts anderes als ein Partizip. Was das ist, habe ich bereits schon mal in einem anderen Video erklärt. Guckt euch dazu einfach das PC-Video an. Des Weiteren muss man über das Gerundivum wissen, dass es auch verbal Adjektiv genannt wird. Es wird verbal Adjektiv genannt, weil es wie ein Adjektiv dekliniert wird und mit einem Nomen zusammenhängt, also immer in Verbindung mit einem Nomen steht. Meist drückt das Gerundivum aus, was mit einem Subjekt gemacht werden muss oder auch soll. Das bedeutet, da habt ihr meist schon immer so eine Verbindung, die ihr direkt zu dem Subjekt schließen könnt. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, dass das Gerundivum eine ND-Form ist, also immer ein ND-Stamm hat. Das ist relativ wichtig zu wissen, um das Ganze zu erkennen oder auch das Ganze zu bilden. Und die Bildung gucken wir uns jetzt mal an. So, wir nehmen jetzt mal hier als Beispiel Amare. Ein ganz normales Verb der A-Konjugation. Als erstes bildet ihr den Präsensstamm, also von Amare wäre das dann Amar. Danach hängt ihr die ND-Form dran, also Amand, und dann könnt ihr die Endungen der O-Maskulimum, der O-Neutrum oder der A-Deklination hinzufügen. Also in dem Fall zum Beispiel sowas wie Amandus, Amandi, Amando, bei der O-Maskulimum. Bei der O-Neutrum wäre das Ganze dann Amandum, Amandi, Amando. Und bei der A wäre das Ganze dann Amanda, Amandä, Amandä. Ich hoffe, ihr habt das jetzt halbwegs verstanden, wie man das Ganze konjugiert bzw. dekliniert. Ich denke mal, es ist nicht so schwierig. Also merkt euch einfach, dass ihr wirklich einen Präsensstamm bilden müsst, die in D-Form hinten dran hängt und dann ganz einfach mit der O-Maskulimum, Neutrum oder A-Deklination arbeitet. Die Deklination müsst ihr natürlich können, die sind ziemlich wichtig für alle Bereiche in Latein. Deshalb guckt euch die nochmal an, falls ihr die nicht mehr ganz drauf habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch zum Übersetzen. Hier haben wir jetzt Dormiendum, Est. Das kommt von Dormiere, also Schlafen. Und dann heißt es übersetzt, es soll geschlafen werden. Dann kommen wir zu Discendum, Est. Und Discare heißt Lernen, also es soll gelernt werden. Hier haben wir dann eben unser Subjekt in dem Est drin, also er, sie, es. Und in dem Fall dann eben Est. Wenn ihr so einen kurzen Satz habt, nehmt am besten immer Est als Subjekt, da es dann sich nicht unbedingt auf eine Person bezieht, sondern eher auf eine Sache bezieht. So, jetzt kommen wir auch schon zu einem längeren Satz mit einem Gerundivum, da die meisten Satze ja nicht unbedingt so kurz sind. Hier haben wir auch direkt ein A-C-I im Prinzip. Also Cäsar Dikit, Buknandum Est. Cäsar sagt, es soll gekämpft werden. Cäsar sagt, ganz einfach, Cäsar Dikit, Buknandum, Kämpfen, es soll gekämpft werden, wie da oben auch schon, in S dann auch wieder, es soll gekämpft werden. So, falls ich euch mit dem Video helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.